Was geht meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Smackdown vs. Raw 2011 mit der Road to WrestleMania von Seth Rollins gegen den Undertaker Ja, in der letzten Folge haben wir unseren Mentor besiegt und davor in der ersten Folge haben wir den Legendkiller Randy Orton besiegt Wir haben letzte Woche hier mit The Mist gesprochen, werden wir heute nicht tun Denn ich kann mir schon vorstellen, wie das nochmal ausgeht So, mal grad gucken, da steht Wladimir Kozlov Der sieht ein bisschen bedrückt aus, den kann man mal sprechen Gut, alles klar, Backstage-Ball Göttlich Backstage-Ball Ja gut, wenn er, wenn er ein Match jetzt haben will, gut, können wir machen Aber hier sehen wir ihn halt jetzt Backstage Und dann haben wir gleich dann ein Match, wo wir unsere Ruhe haben vielleicht vor ihm Once the opponent has reached zero Hit him with a chair, äh, with a finisher, a stone strike to win Backstage-Ball So In dem Fall geht die Kamera Ha 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 So Zack, äh, 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 so So nicht So nicht, hab ich gesagt Boah, ich treffe aber auch nicht, ne? Der trifft nicht. Was ist das für ein Mungo? Meine Güte. Zack. Komm her. Komm her. Backrack. Und noch einen hinterher. Warte, Backrack. Another Backrack. Another Backrack. Oh, oh. Oh, das muss... Ey, wenn der durchgegangen wäre, wäre ein German Suplex auf einem normalen Boden gewesen. Er wäre tot gewesen, wäre der. Ja, ist jetzt gut da. Ja. Ist jetzt gut, habe ich gesagt. Oh, German Suplex. Au, uuuh, uuuh, uuuh. Auf den normalen Boden. Ich kann auch nichts kontern, momentan. Pelé Kick geht daneben. Ne. Yo, T-Bone, Alter. T-Bone Suplex. Ja. Das verliere ich. Ja. Den kannst du ohne Scheiß. Ich bin gleich tot. Jo, was ist das? So. Kleine... Nein, ich sage nicht. Ich sage, du kleine Bit... T-Bone Suplex. T-Bone Suplex. T-Bone Suplex. Ihr wisst, was ich meine. So. Umgekehrten Attitude Adjustment. Und hat ich die Sache schon? Wo war das jetzt schwer? Sanker. Ja, Vladimir. Wo ist das? So. Ahm, Junge. Ich habe dir gesagt, wir sehen uns im Ring. Du, nö. Wir sehen uns jetzt später im Ring. Wir machen halt jetzt sofort. Gut. Selber schuld. Habe ich vorgesagt. Aber du wolltest ja unbedingt. Ja. Weißt Bescheid. Und da haben wir auch wieder... So. Wichser. Wann haben wir denn da? Oh, die Categorio. Ja. Jameis. Es geht. Get out of me face. Oh, gut. Alles klar. Machen wir noch ein Match hier. Heute kämpfen im Opener. Chavo Guerrero gegen Primo. Dann in einem Tag Team Match. MVP. Oma Henry gegen Sian Punk und Doc Gallows. Ähm. Wie ist das? Carver? Ne. Keine Ahnung. Ne, Cena ist die Tür. John Cena gegen Swagger. Dann in einem Diven Match. Mickie James gegen Maryse. Und dann Ted DiBiase Junior gegen Hurricane. Und der Tournament Triple Threat Final. Um rauszufinden, wer... Ja. Wer halt der... Wie soll man sagen? Äh. Eher gesagt. Wer gehen den Undertaker bei WrestleMania antreten darf. Das passt am besten. Hupf. Er kam was hoch. Ähm. Eintrachtisch müsste man jetzt ohne Kosteloff sein, weil den hatten wir ja jetzt schon zerstört. Jetzt bin ich mal gespannt. Ne. Ich weiß gar nicht, äh, was Chris Jericho zu der Zeit war. Ob der Fels war oder hier. Auf jeden Fall war Fladimir Kostov immer hier. Wenn ich mich nicht recht... Äh. Ist ja jetzt mal recht... Wie nennt man... Ich hab jetzt heute mit dem Reden nicht, ey. Habt du bestimmt schon gemerkt. In den ersten zwei Folgen, ja. Ich hab jetzt mit dem Reden auch heute nicht so ganz... What first match was so... Ja, erster first cage match war 1937. Yo. Ich will doch nur raus, Junge. Ah, look at this. Kann man ja mal raus? Oh, look at this. Yeah. Hey. Tag und Dropper geht in den Kopf. Oh. Oh. Äh. Ne, wie nennt man dat? spinning elbow oder so naja wir werden das schon hinkriegen so jetzt bist du ausgenockt weil du hast schon match verloren pelé kick in den rücken kann man auch mal machen finde ich von serf lorans ja hier kommt nicht mehr klar hier keks ins gesicht angle lock also halb kann man sagen was contact in the side washing leg sweep und jetzt topstomp kostorf tölt hier gar keinen wenn dann kill ich was ist der jetzt der andere Taker ist da wie er Christchoke einfach zerstört wann gibt den Triple Threat Match bitte mit der Rope Break der Undertaker hat Bock also ach so okay geht gar nicht weiter geil ich bin mal echt gespannt wir natürlich wir haben schon Finisher gezeigt wir hatten schon mal angefangen zu covern die anderen zwei noch gar nicht also gehört der Platz uns heißt also Seth motherfucking Rollins gegen den Deadman Undertaker bei Wrestlemania alles andere wer schwach sind wieder sp gekriegt die wir nicht gebrauchen können haben wir wieder einen da stehen nee nee aber nicht wir hören uns noch gerade da vorne an danke danke wir haben uns auf Raw noch keine Worte an wer wird die Undertaker in Wrestlemania wir hatten die Tournament Finals letzte Woche um zu entscheiden wer es wäre aber es wurde von Undertaker selbst alle drei Finals sind in Zeit und alle drei werden nichts Undertaker die WrestleMania Streak es sollte eine wilde Nacht Ja gut wir finden dann in der nächsten Folge raus wer jetzt wirklich der Gegner vom Undertaker wird und ja ich wünsche euch noch einen schönen Tag euer Samkab Ciao